Willkommen zurück zu einer neuen Folge Hammerwatch. Wir sind hier, immer noch bei Hammerwatch, spielen jetzt aber die zweite Kampagne. Hier sehen wir schon, dass Alex gerade ein bisschen herum klickt und uns die Charaktere zuordnet. Wir spielen mal wieder zu dritt und werden gleich noch entscheiden wer welche Rolle übernehmen wird. Wir spielen mit dem Warlock, dem Thief und dem Ranger. Also den drei Charakteren, die wir beim letzten Mal nicht hatten in der letzten Kampagne. Jetzt geht es los gleich mit dem Temple of the Sun und da sehen wir gleich, dass es wahrscheinlich wieder viel Gemetzel geben wird. Diesmal allerdings im Hard Mode. Wir spielen mal wieder mit Unendlich Leben. Das ist vielleicht ein bisschen langweilig, aber dafür müssen wir auch nicht das Spiel neu anfangen, falls wir mal sterben sollten. Das ist ja bei Hammerwatch so, dass man tatsächlich, wie schon beim letzten Mal, als wir die Kampagne gespielt haben, erklärt haben, dass man, wenn man hier stirbt, ganz von vorne anfangen muss und deswegen gönnen wir uns das einfach mal mit Infinite Lives. Und ja, wer hat denn jetzt welchen Charakter bekommen? Ähm, ich bin der Ranger. Und ich bin der Warlock. Oh, und ich bin der Thief. Okay. Also... Wir stellen das einmal ganz kurz vor, vielleicht, wer hier wer ist. Ähm, genau. Achso, genau. Ich bin hier der Heini mit der grünen Kapuze und ich kann so Pfeile schießen und äh, Bomben legen. Ja. Und ich bin der Typ mit dem Stab und dem grünen Dolch oder was das sein soll. Und der kann irgendwelche Kugeln aus Elektrizität. Ja, Donnerkugeln oder so schießen. Oh, und dann haben wir noch den Thief im Bunde. Der hat hier so irgendwie ein Messer in der Hand, glaube ich. Zwei sogar. Ja, genau. Und der kann als Spezialfähigkeit noch mehr Messer werden. Noch mehr Messerserf. Ja. Ist ja cool. Jo, okay. Wo lang sollen wir dann... Zu dem Typen. Zu dem Typen. Erzähl uns mal was. Hallo. Okay. Didn't you just come from here? Er fragt uns, ob wir nicht gerade von hier gekommen sind. Es geht nicht weiter. Okay. North, Sun Temple. West, City of Stone. South, Sunspot. Oh, nach Süden. Da ist ein sonniges Fleckchen. Aber Süden geht das nicht, oder? Also, im Norden befindet sich der Sonnentempel und im Westen die Stadt des Steins. Ja, vielleicht sollten wir erstmal in die Stadt gehen und gucken, was da los ist. Also, jedenfalls können wir hier nicht nach unten laufen. Mhm. Ja, hier ist es nicht zu dritt. Hier scheint eine unsichtbare Wand zu sein. Wir könnten im Moment nur nach links oben laufen und schlagen vor, dass wir das einfach mal machen. Genau. Wer ist denn der Expeditionsführer? Ähm. Wer weist uns den Weg? Im Moment ist das Johann, richtig? Okay, dann... Warte. Westen war das? Ja, Westen. Ich glaube, im Moment können wir tatsächlich nur hier lang. Okay. Go see Richard Cain. He's up. Ah, ja. Schon ein... Nein, nein. Ich will das haben. Da ist eine Vendor Coin. Okay. Mach was, Johann. Du bist ja der Zauberer. Ja, der Zauberer. Warte. Also, hier scheint dieser Tempel zu sein. Ja, ja, hier. Wuhu. Okay. Zumindest eine Vendor Coin. Sehr nice. Wollen wir noch ein bisschen erkunden? Ja, ja. Ja. Lass uns mal noch nicht so rumlaufen. Wir gehen noch nicht zu Richard Cain. Okay. Auch wenn er nur die Straße hoch ist. Oh. Das ist dann wahrscheinlich der Tempel, oder? Ja, wahrscheinlich nicht. Mal sehen. Die Pyramide der Angst. Ha. Der Pyramide der Angst ist eine der Trialen, die von der Wizard's Guild von Eben Nura zu testen. Diese Pyramide ist derzeit 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 derzeit. Der inside ist gebaut wie ein Maze. Oh Mann, der spricht immer noch. Oh, der spricht immer noch weiter. Oh. Oh. To gain access, die Pyramide complete the first part of the trial by locating and activated the six small pyramids. Okay. Also müssen wir in sechs Pyramiden irgendwas machen, bis ich diese große dann öffne. Genau. Und die ist wie ein Labyrinth gebaut im Inneren und das ist die älteste von allen. Und bestimmt hat das Fear in dem Namen auch etwas zu bedeuten. Also wahrscheinlich ist hier auch angsteinflößend. Hier sind Händler. Ein Schild Level Null Händler. Oh, das ist ein Schild. Schild Level Null. Oh Gott. Wie viel Geld haben wir denn im Moment? Tja. Wir sind pleite. Genau so viel wie Tode haben wir Geld. Oh, Bombe. Verdammt. Uh. Name ist Lyrim. A stonemason from Flairfold. I was hired to clear these rocks from the path. Und so weiter und so fort. Of course I went and left my Pykeleks inside the temple. Now I can't mine a thing. If you could retrieve it, I'll continue und so weiter und so fort. Ich bin zu langsam mit Vorles. Nein, ist egal. So. Möchtest du nochmal? Na, wir wissen hier, was zu tun ist. Ja. The Priest lets me keep the extra material, so it's a good deal for everyone. I will continue removing the rocks out here. Ja. Das heißt, wir müssen die Pykeleks finden, ihn zurückbringen und er removed dann hier die lustigen Felsen, die noch hier im Weg sind. Okay. Guck mal, hier ist ein Portal. Und ein Point. Und ein Speicherpunkt. Ding. Super. Das erste Mal gespeichert. Okay. Wollen wir gucken, was die anderen noch zu sagen haben. Ja. Welcher davon ist denn Richard Kane? Ich rede mal mit dem Haini hier. Sehr gut. Ah, okay. The traveling device doesn't work because the rune keys were removed from the monolith. If they're reattached, it'll work just fine. Also, dieses Portal hier funktioniert nicht, weil die Schlüssel entfernt wurden und wenn wir die wieder ran kleben, dann funktioniert es wieder ganz, ganz toll. Hm, okay. Was hat der hier zu sagen? Moment. Hello, I'm Richard Kane. A powerful Frost-Sorcerer named Krillit has gained access to the Sun-Altar. Once inside, he managed to summon the twisted evil Sun-Guardian Sharan. Okay. Oh, ich kann das nicht. Afterwards, Krillit was forced to retreat to the caves to recover his strengths. We quickly sealed the altar entrance to Nes, so Sharan couldn't escape when Krillit's power is restored. Oh, I missed. Okay. We don't know where Krillit came from or what he desires, but we are sure plans to use Sharan's power to open the ancient gates in Brightmoor that lead to the Moon Temple in the Northlands. Ah, good. There are dire consequences if that seal is broken. You must destroy Krillit and Sharan before this happens. Okay. Return to me when your task is complete. Good luck. Okay, also das ist unser erstes Quest, wie es aussieht. Unser erstes? Oder unser letztes. Klang so wie das Allgemein-Quest-Ding. Ja, aber normalerweise dauert das ja eine Weile bis das Fin. Naja, gut. Okay, wir haben ja kein Geld, deswegen brauchen wir jetzt gerade nicht zu den Händlern gehen, denke ich. Ich wollte trotzdem gucken, was die verkaufen. Okay, was hat der hier zu sagen? Das muss Timo uns erzählen. Okay, Timo. Our vendors can't work without Kelt-Night or it's pretty scarce, no? Ever. If you happen to find some, I'm sure any vendor will be willing to make something for you. It won't be cheap, then. Okay. Also brauchen wir das Ohr. Und wir brauchen die Pickaxe. Und wir sollen Krillith töten. Also hier wird man mit Quests zugeschüttet. Und guckt mal, hier oben ist ein neuer Händler, den wir noch nicht kennen aus der alten Kampagne. Irgend so ein Hufeisenhändler. Oh, der bringt uns Stücken. Und was kann der hier? I'd love to cook something for you, but I lost my pen down in the caves. Maybe you could find it for me. Was hört sich nach dem ersten Quest an? Der... Oh, Moment. Risky Business. Warte, das will ich mal gucken, ja. Sometimes when I spin this marble, great things appear. Sometimes they don't. Da kann man irgendwie... Aha. Glücksspiel, okay. Wahrscheinlich, ja. Shit. Okay, da ist ne Vendorcoin. Altar of the Sun. Okay, hier ist der Sonnenaltar. Ja, vielleicht sollten wir da reingehen und seine Pfanne dann holen. Dann können wir ihm eins überbraten. Ja, okay. Okay, da links sind auch wieder irgendwelche Schalter und Rätsel. Also man wird hier erstmal vollgeschmissen mit Möglichkeiten. Wo können wir denn jetzt langlaufen? Ist der Sonnenaltar denn der einzige, wo wir hin gehen können? Also, sonst können wir nochmal nach Osten. Da haben wir uns noch nicht umgesehen. Da oben. Ah, hier nach rechts sind wir auch noch nicht gewesen, ne? Hier ist auch nämlich noch irgendeine Öffnung. Hi, Kevin Klamer hier. The only way into caves is through the temple. The entrance is blocked by a strange stone, though. Hm. Okay. Normally, young Talarian solves matters such as these, but we couldn't find him. I sent my squad to the library to see if he could discover a way to move the stone. Okay. I posted one of my best guards nearby, just in case some fool best tries to get free. Okay. Also, irgendwo ist ein blockierter Eingang. Ja, wahrscheinlich tatsächlich hier auch direkt neben der Höhle, oder in der Höhle neben der Eschland. Oh, der Dieb wieder. Ich hab das gerochen. Ah, sehr gut. Das hier ist nämlich der Haupteingang zum Sonnentempel und ich schätze mal, da kommen wir wahrscheinlich erst später rein. Okay. Und was gibt's hier noch Schönes? Die Bücherei. Oh, das hört sich schön ungefährlich an. Lass da mal reingehen. Da gehen wir mal rein, Lushan, ne? Ja. Natürlich nur zu dritt. Oh, okay. Krüger, schnell. Geld, Geld. Ist da wahrscheinlich doch nichts. Oh, da ist ein Typ, der spricht. Ja, ich. Welcome to the Temple Library. We have the largest collection of books in the entire desert. More than something else. More than Sunspot. Oh. Na dann mal rein, da gehst du bestimmt Monster. Mehr als Sunspot. Ah, irgendwas. Ein Buch. Ich lese es, ich lese es. Oh, oh ja. Komm mal nach oben. Oh, 1,25. Das Gästebuch. Just passing by on my journey. A great selection of books down here. Daniel the Traveller. Hit to time. Warte, warte, es geht weiter. Das sind Daten. Looking for Claymore's squad to see if we found a way into the temple. Unknown chap. Okay. Just passing by. Okay, das wär's dann wahrscheinlich. Oh Gott, müssen wir uns davon was aufschreiben und merken? Oh, vielleicht. Games of Aridara. Oh, yeah. The arena are traveled from as far as the eastern realms to see yet another hero fall in the arena. The joy. The joy when someone was ripped apart by those sharp teeth. Oh, yeah. Oh, yeah. Das klingt sehr gefährlich. Was ist denn jetzt ein Schild? Also. The Tellarian Archives. Okay, lass jetzt mal hier noch Bücher lesen. Ich möchte auch ein Buch lesen. Ja, ein pinkes. Minerals and Materials, page 19. But the Keltonite was also found to be very useful when creating various weapons, clothing and tools. Not only was it easy to craft with, but also very, very durable. Okay, wenn wir hier nicht alles aus den Büchern übersetzen, dann ist das hoffentlich gar nicht so schlimm. Das sind jetzt auch gar nicht so die ultra relevanten Informationen, denke ich. Ja, wahrscheinlich sind das auch mal so side notes oder so. Komm mal her. Okay, ein bisschen was zu unserem Gegner. Also dieser Krillith ist ein Eismagier und Charant, den er da irgendwie beschworen hat, das ist ja kein Feuerzauber. Aber das ist ja gar kein Problem, denn wir haben ja Pfeil und Bogen. So, wollen wir nochmal zu den Tellarian Archives? Natürlich. Timo nochmal lesen. Ja, ich nochmal lesen. Okay, irgendwas mit der Pumpe. Irgendwas mit Bewässerung. Was ist das? Oh, da können wir rein. Da können wir rein. Oh, cool. Moment. Ah, sonst, ja, gehen wir erstmal hier rein. Wenn wir schon mal hier sind. Was ist das mit dem Knopf hier auch nix? Okay, dann. Oh, Mann. Pff, da ist ein Toter. Cave Level 3. Gold, ich habe das erste Gold. Wuhu. Ja, dann rede mal mit ihm. Oh, my legs. I'm sorry, but the books didn't say anything about moving stones like the one blocking the temple. You should be able to get inside through the subterranean passage, though. You'll see it just beyond the area. Arena. Arena. Tell somebody something. Kann man nach oben? Ähm. Sicher. Konnte man nach unten? Oh Gott, wir kommen gleich Gegner. Ich sag euch das. Komm schon. Boah, die Lichteffekte. Ich will neue Gegner. Mensch, hier war... Oh, Gegner, 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 Gegner. Die sind... Okay, jetzt auf Hard Mode sind die um einige schneller, wie es aussieht. Oh ja, die sind echt schnell. Ich logge mal noch welche an, ne? Ja, mach das doch. Was ist das hier für ein Ding? Okay. Oh Gott. Ich dachte, wir gehen in die Bücherhalle, lesen ein paar Bücher und gehen dann wieder raus. Und schon sind wir im Keller. Okay, ich glaube, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ah, cool. Ein Kettenblitz. Timo, du bist vorne jetzt. Timo's Damage-Dealer? Nein, er fängt den Schaden an. Ach, guck mal. Ah, da ist so ein Käfer im Gebüsch. Ich bin für die Piekser dann zuständig, falls es hier welche gibt. Okay. Wow. Natürlich. Sterbt. Bam. Alter, die Effekte sehen ja richtig cool aus mit den Grafikeinstellungen und so. Wir haben jetzt die Grafikeinstellungen ein bisschen besser eingestellt als bei dem letzten Mal, also bei der Hauptkampagne. Oh, sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich, sie hat mich. Und bumm. Und bumm. So, wir müssen auch hier das Gras schneiden. Das Gras schneiden. Das wird was im Wasser. Oh Gott, ich habe Angst. Bestimmt kommt da ein Monster raus und tötet einen instant, wenn man zu nahem Wasser langläuft. Ja, so stimmt. So, wo laufen wir jetzt als nächstes hin? Ähm, nach rechts. Joa, wo Grasbüschel sind. Was ist das da überhaupt rechts am Rand? Guck mal, es gibt hier ganz viele neue Sachen. Irgendwie gibt es jetzt nicht mehr bronzene, silberne und goldene Schlüssel. Es gibt nur noch silberne und goldene. Oh, hier ist ein Loch in der Wand. Guck mal. Ah, super. Wie hast du das gesehen? Da waren so Risse vor. Ah, gut. Ist gut. Ich bin doch der Lootkönig. Moment, hier ist ein Spawnpunkt. Was? Da kümmere ich mich drum. Tu das. Der Bogenschützer hat eine super krasse Reichweite. Kann quasi durchs ganze Bild schießen. Das ist sehr cool. Oh, hier geht es weiter. Oh, Maden. Auch nicht doch. Maden kennen wir ja auch schon. Sehr haben wir sie vermisst. Komm mal her, Maden. Timon nicht so zaghaft. Timon nicht so zaghaft. Ich habe nur 40 Energie, ne? Geh drauf, geh drauf. Aber du bist unser Nahkampf. Alter, dieser Blitz von dir ist ja richtig cool. Ja, ja, ja. Hast du mal deine Messer geworfen, Timo? Ne, noch nicht. Muss ich mal machen. Muss ich mal machen? Mach ich mal. Boah, hier und da kriegt es Bombe. Boah, meine Messer gehen auch durch Dinge durch. Verdammt, ich wurde praktiziert. Mal sehen, ob ich auch noch mehr empfangen. Nein, kann ich nicht. Ach, ich bin jetzt... Ach, guck mal, jetzt fällt es mir gerade auf. Ich bin Player 1 und nicht mehr Player 2. Ich gucke gerade die ganze Zeit bei Player 2. Oh, meine Gesundheit, ist ja alles gut. Ja, und Vorschlag von mir wäre jetzt, dass wir die Folge mal beenden und in der nächsten Folge ein bisschen weitermachen. Okay. Was haltet ihr davon? Nach den Käfern hier. Nach den Käfern. Oh, du, 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 du. Alter. Das raucht nicht. Ich bin gestorben. Mein Apfel. Nein. Wieso? Ich bin sofort gestorben. Krass, ey. Shit. Einen mehr erwischen lassen. Wow, ein Piekser. Okay, hier sollten wir das beenden und dann kümmern wir uns um eine Piekser. Ja. Oh, man sieht ihn da schon. Oh, das ist ein ganz kleiner Piekser. Das soll ich noch haben. Alles klar, dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder, ne? Ja. Bis dahin. Bis dahin. Tschau. Tschüss. Tschau.